Herzlich Willkommen bei StudyHelpTV. In diesem Video zeige ich euch, wie man die Lagerreaktion an diesem nachfolgstatischen bestimmten mehrteiligen System bestimmt. Und zwar lasst euch nicht so verwirren jetzt hier, dass hier so ein Bogen auch vorkommt. Das ist, ja, man kriegt dann erstmal Panik oder so, aber es funktioniert genauso wie immer. Was ihr jetzt erstmal sehen müsst oder verstehen müsst, ist mehrteiliges System. Was bedeutet das? Wir haben hier ein Gelenk in der Mitte. Also hier, ich notiere das mal, hier ist ein Gelenk und dadurch haben wir zwei Teilsysteme, eins und zwei. So, links und rechts, Lager A, Lager B sind zwei Festlager. Und was macht man, wenn man Lagerreaktion jetzt erstmal bestimmen soll? Ich würde es immer so machen, erstmal Freischnitt, einmal Gesamtsystem, Teilsystem und Teilsystem. So, und das machen wir jetzt auch mal. Also ihr seht schon hier vorgefertigt, auch ganz schön, damit ich nicht so schmiere, dass wir hier links einmal das Gesamtsystem schon fast als Freischnitt haben. Es fehlen nur noch die Lagerkräfte. Und merkt euch, Festlager hat eine vertikale Kraft, AY und eine horizontale Kraft, also einmal AX. Und das gleiche auch bei B, also einmal BY und auch BX. So, das ist unser Gesamtsystem. Das heißt, dort sind die Kräfte eingetragen. Jetzt gehen wir nochmal hier ins Teilsystem 1. Das heißt, ich kann hier auch mein AY einmal eintragen und mein AX. Und jetzt das Spannende und jetzt das wirklich ganz Spannende ist einfach unser Gelenk. Was passiert nochmal im Gelenk? Merkt euch, das ist eigentlich wie ein Festlager zu sehen. Wir haben eine horizontale und eine vertikale Kraft. Also einmal GX und einmal GY. Und jetzt drei Ausrufezeichen eigentlich. Jetzt ist nämlich das Spannende im Teilsystem 2 dann nämlich, und darauf kommt es dann an fürs Verständnis, muss das GX entgegengesetzt wirken. Also GX dann einmal nach links und hier das GY anstatt nach oben einmal nach unten. So, Kraft F ist dort schon auch mit drin. Jetzt habe ich hier noch mein Lager B. Dort trage ich auch wieder die Kräfte ein. Also einmal BY und noch mein BX. Also ganz wichtig, merkt euch, Gelenkkraft, dann habt ihr schon mal erste Sache gezeigt, die ihr verstanden habt. Okay, was mache ich jetzt? Als erstes gehe ich eigentlich immer ins Gesamtsystem und gucke, ob ich schon irgendwie im Gesamtsystem irgendwas berechnen kann. Wenn die beiden Festlager, kleiner Trick, wenn die beiden Festlager, das sieht man hier oben auch nochmal, auf der gleichen Höhe sind bei so einer Aufgabe mit mehrteiligen Systemen, dann seht ihr oder dann wisst ihr automatisch, ich kann um ein Lager drehen und kriege was raus. Warum? Weil wenn ich jetzt um den Punkt A drehe, dann fällt auf jeden Fall das BX raus, weil BX ist auf der gleichen Höhe. Also die Wirkungslinie trifft unseren Drehpunkt und damit fliegt BX aus dieser Gleichung raus. Das ist ja sehr schön. Also wir gehen ins Gesamtsystem und drehen einfach mal um den Punkt A nach rechts. Das heißt AX, AY fallen weg. Wir haben einmal unser Moment positiv mit drin. BX fliegt auch weg. BY ist negativ, also minus BY mal Hebelarm. Also das hier ist jetzt ja quasi der Hebelarm zu unserem Drehpunkt, also 2L. Und oben noch mein F, also minus F mal Hebelarm ist dann das hier, nämlich, und das ist dann L. Das Ganze gleich 0, ist meine Gleichung 1. Jetzt brauche ich nur noch nach BY umstellen und schon habe ich es raus. Voll cool eigentlich. Und nicht nur eigentlich, sondern sehr schön dann gelöst, weil ihr habt ja auch nicht viel Zeit. Ihr müsst immer sehr elegant gucken, wo kriege ich sehr schnell was raus. So, nach BY umgestellt, mit Plus rübergebracht, dann bleibt übrig mein M, mein minus F mal L und das Ganze jetzt noch einmal durch 2L geteilt. Ihr seht schon, M ist gegeben, F ist gegeben, L ist gegeben. Ich rechne das jetzt nicht aus, das könnt ihr gerne selber einmal machen. Überprüft eure Ergebnisse, vergleicht das mal untereinander und schaut, was ihr rausbekommt. Aber ich will euch ein bisschen Mechanik beibringen und nicht ganz so viel Mathematik. Deswegen, ich bin schon happy, dass das Ganze verstanden ist. BY wurde ausgerechnet. Okay, wenn ich BY habe, kann ich auch hier im Gesamtsystem direkt bleiben, Summe vertikaler Richtung, weil dann habe ich nur noch AY positiv plus BY positiv, das Ganze gleich 0 und kriege direkt mein AY raus. Das ist natürlich super, super praktisch, also AY gleich minus BY. Das kann ich jetzt nochmal hier hinschreiben, einsetzen, aber das ist meine zweite Gleichung. AY habe ich damit ausgerechnet, setze es ein, verstanden ist das Ganze und habe schon 2 von 4 auf jeden Fall rausbekommen. So, jetzt wird es wieder ein bisschen trickier. Jetzt muss ich ja irgendwie an mein AX oder BX kommen. Das heißt, jetzt muss ich in die Teilsysteme springen, weil ich kriege nicht mit Summe horizontaler Kräfte AX oder BX raus, 2 Unbekannte funktioniert nicht. Was kann ich machen? Ich kann hier um den Punkt G drehen, GX, KY fallen raus und ich habe nur noch mein AX und AY. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt ja schon AY raus habe, kriege ich mein AX raus. Also ich gehe in Teilsystem 1, drehe um den Punkt G nach rechts, scroll nochmal ein bisschen hoch, dass man sieht, was dort passiert. So, was passiert jetzt? Doppelpunkt, also ich habe mein M positiv mit drin. Ich habe plus AX mal Hebelarm, also ich brauche dieses Stück hier und das ist L, also mal L und noch plus AY mal L ebenfalls, plus AY mal L, das Ganze gleich 0. Jetzt können wir das nach AX umformeln, also AX ist gleich minus M minus AY mal L und das Ganze noch durch L geteilt. Kann man wieder einsetzen, Werte einsetzen, etc. Mir reicht das so. Ich möchte euch zeigen lieber, dass ihr versteht, dass ich ins Teilsystem gehe, dass ich um den Punkt G drehe, um AX rauszubekommen, weil darum geht es auch und darum geht es auch eigentlich, wenn sie ehrlich sind, mit Professoren, weil dass ihr gut Mathe könnt und so. Das ist dann auch schön noch zu sehen, dass ihr das richtige Ergebnis rausbekommt und die Werte richtig kürzt und so, aber in der Regel oder meistens geht es erstmal darum, dass ihr verstehen müsst, was zu tun ist, weil das Rechnen, das kriegt ihr dann schon irgendwie noch hin oder so. Genau. Also wenn ich AX habe, ganz schön, dann gehe ich wieder, das ist jetzt schon mein dritter hier, dann gehe ich einfach wieder ins Gesamtsystem und mache einfach, also Gesamtsystem und mache einfach die Gleichung für Summe horizontaler Kräfte. So, und dann seht ihr schon, ich habe einmal Minus AX, ich habe Minus BX und ich habe noch Minus F. Ja, und dann haben wir auch schon das Ganze nämlich raus, weil dann kann ich das nach BX umformen, also BX rübergebracht quasi, dann ist das nur noch Minus AX, Minus F und das Ganze ist fertig. So, Gleichung 4 ist geschafft. Mein BX ist raus, ich gucke doch mal, ob wir noch irgendwas anderes zu tun hatten. Also bestimme die Lagerreaktion, wir müssen nicht, also auch nicht da den Fehler machen, Gelenkkräfte jetzt zu berechnen, die Aufgabenstellung ist wirklich nur Lagerreaktion zu bestimmen. Super, haben wir geschafft, Lager A, Lager B und wie gesagt, ihr seht schon, nicht abschrecken lassen, nur weil hier so ein Bogen ist, das spielt gar keine Rolle, nicht zumindest, wenn man irgendwie Lagerreaktionen bestimmt. Schnittgrößen etc. wäre jetzt was anderes gewesen, aber bei Lagerreaktionen, da ist das egal, da geht es nur um die, ja, um die einfachen Hebelarme in horizontaler und vertikaler Richtung in der Regel auch. Genau. Super, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären und auch helfen. Wie gesagt, wenn ihr noch Wünsche habt an Videos oder so, schreibt uns eine Nachricht, kommentiert das, aber die Ergebnisse gerne auch kommentieren, mich würde mal interessieren, was rauskommt, ob ihr alle das Gleiche rausbekommt, ob ich auch, vielleicht habe ich mich noch irgendwo verrechnet, glaube ich jetzt nicht. Spontan kann natürlich passieren, aber das Prinzip sollte verstanden sein. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg, in dem Sinne, euer Dan, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.